Ja, ich wollte das schon lange mal machen, ich wollte mal die Ansage machen. Hallo, da ist der Ralf von Jürteland und ich bin der Hansjagg von Snagel Sanemarit. Wir sind da eingeladen, dass wir einen netten Oben verbringen und jetzt machen wir ein wenig Schaschlik nebenher. Jeder von Master himself, Sven Seitz, hat mir die Schaschlik-Spieße gemacht und mit dem tun wir heute Abend ein wenig reden. So, willst du dir ein karges Mahl noch vorstellen? Was soll ich dir vorstellen? Wir haben da jetzt ein schön eingelegtes Schaschlik. Ich hoffe, es ist zu hart und nicht zu salzig. Und frischgebackene Brötchen, da kann ich leider wenig dazu sagen, aber sie duften nicht schlecht und vermutlich schmecken sie auch richtig gut. Prima, ich muss sagen, danke schön für das leckere Essen. Ich sage, danke für die Einleitung. Ja, so schnell geht so ein geselliger Abend zu Ende. Dass dieses Video entstanden ist, ist einfach nur dem Umstand geschuldet. Dass der Hans-Jörg einfach mal die Ansage machen wollte für ein Video hier in unserer Jürte von Jürteland. Ja, wir haben kurz überlegt, ob man zu diesem leckeren Essen, super einfach, ein paar Brötchen aus dem Dutch Ofen. Und das Fleisch von der Hand geschmiedete Spieße runter. Sehr einfach, sehr lecker. Und auch schon wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Euer Ralf von Jürteland.